So, Magen gefüllt. Monty Monument. Ich bin im Moment etwas schweigsam. Das liegt aber daran, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Dass ich so lange nichts mehr gemacht habe. Ich sehe, komm, das wird noch ziemlich böse. Fail is looming. Einmal, wenn ich diese Scheiß-Coins möchte. So, Halbzeit schon, what? Ja! Okay! Ähm, Scheiße. Ach, doch. Boing! Ach, Monty! Hilfe! Aua, Aua! Ich möchte fliegen, aber ich kann nicht! So, mal gucken, ob sich dieser Panzer mal... Ach, egal. Spare Cape! Kann man immer gebrauchen! Okay, das wäre jetzt mies gewesen. Ich mach's einmal auf Risky. Gut. Scheiße! Mein Gein, weiter, weiter! Matcha, matcha, matcha! Diese Level war ziemlich simpel. Na, 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 na! Peace! Fast! Boomba Playground! Hört sich nach Spaß an, aber ich hoffe mal, dass die Levels mal langsam aber sicher ein bisschen schwieriger werden. Eaps! Hammer, Bro! Ich hab dich genau gesehen. Oh Gott. Grunz. Lalalalalala. Ach Gott, scheiß Skype. Geh weg da. Ich seh nix. Ich lerne es einfach nicht, Skype zu schließen. Oh, Schamuji. Jump! Oh Gott. Ich wurde zerquetscht so im Müll. So, auf wer Neues. Ich weiß, dass Fliegen hier scheinbar nicht gerade ratsam ist. Hihi. Ups. Was ist denn jetzt schon wieder? Moment. Da, 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 da. Okay. Entschuldigung, wir haben ein SMS bekommen. Nichts Wichtiges, eher nervig. Aber ich glaube, jeder von euch kennt das. Flug! Safe! Oh, nicht mal tot. Ip? Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Jawoll. Ich seh komm, ich mag das nicht. Also wenn man sich auf den Hintergrund fixiert, also auf diese grüne Wiese, dann ist das ziemlich, oh Gott, verstörend. Nö, da wird mir übel. Ja, ich geb's zu mir wird sehr schnell schlecht. Interessiert zwar niemanden, aber ich sag's trotzdem. Tschüss. Peace Jetzt hab ich vergessen, auf die Uhr zu sehen, aber ich glaub das wird schon nicht so tragisch sein. Spür zum Drogen Dings. Was haben wir hier? Feuerblumen, ja. Ah, was brauchen wir denn? Ich kann das doch nicht. Wie man sie nicht. Ach, Scheiße! Ach, Mann! Ab der Bat! Ab der Bat! Hi! Hi! Au! Knurr! Cave Exploration! Uh, passlastig! Mimo an mich selbst! Skype wirklich ausschalten später! Mir gefällt das nicht! Oh, Shit! Flieh doch aus! Brenne! Ich mag keine Scrolling-Levels! Und besonders nicht, wenn die Plattform sich auch bewegt! Also zumindest so! Dieses Laufband hier! Ah, gut! Sehr schön, sehr schön! Geh mal her damit! Diese Level ist auch nicht so wirklich spannend! Mann, 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 Mann! Hallöchen! Ich glaube da unten wäre ein alternativer Ausgang gewesen! Boah! Was ist das? Schade! Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt so ein Schwerkrafts-Manipulator-Dingens-Todd! Aua! Rad! Schwupp, 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 schwupp! Ah! Ihhh! Shit! Mim, mim, zack! BAM! BAM! Flower Fear! Ich habe hier ein Geisterhaus! Oh, ist das schon mal sehr schön! Oh, die Geister schauen knuffig aus! Hallöchen! Oh ja, das ist schon eher mein Metier! Ich hoffe mal nicht, dass das so ein Labyrinth ist à la Brutal Mario! Es ist gut, dass es hier in Englisch ist! Das heißt, ich verstehe es! Warte mal, Brutal Mario war doch auch auf Englisch! Die Demo? Stimmt, ich glaube, irgendwas von Brutal Mario war mal auf Japanisch! Äh! Und, ach! Ernsthaft! Achso! Hehehehe! Brrrr! 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 Ja! So viel dazu! Wieso? Wieso? Ach egal! Heul! 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 Da! Oh nein! Hm! Äh... 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 Gut, dann muss ich doch runter! Aha! Victory! Sagt mal, wollt ihr mich verarschen? So, äh... Boing! Ah ne, stimmt ja, die können ja... Schießen! Ich hab zwar keine Ahnung, was das mit Flower Field zu tun hat, aber... Ich beschwere mich nicht. Ein wunderschöner P-Switch? Ah, geiler P-Switch! Ja, 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 ja! Splat! Ähm... Nur mal Interesse halber. Na toll, aber nur noch Wünschen. Uninteresting! Ah, Destruction! Toll! Genau noch! Give me a challenge! Okay, die Level machen wir noch. Okay, das ist schon mal keine Scrawling Level, wie ich eigentlich befürchtet habe. Aber ob das wahnsinnig besser ist, weiß ich auch nicht. Ich ahne es, dass gleich Sägen kommen. Was wären solche Levels ohne Sägen? Yoshi, das schaut ungesund aus. Amüsieren wir uns dabei ein bisschen. Ich hab keine Ahnung, was das eigentlich damit zu tun hat. Aber das ist ja völlig zweitrangig. Nichts! Ich geb dich nicht auf, Yoshi! Aber ich spring jetzt einfach mal sinnlos runter. Okay. Ein wunderschöner Hebel. Müsse! Genau das hab ich befürchtet. Ni,ni,ni,ni,ni,ni,ni,ni. Cape, Cape. Gott wie geil! Ah, da bist du ja wieder. Fein. Tschüss Yoshi! Okay, scheiße. Gute Nacht, ja. Haben wir das bald hinter uns? Was eine gute Idee war? Ja. Das war ziemlich einfach und ziemlich monoton. Das Schloss werden wir das nächste mal machen, weil ich muss jetzt weg. Ja. Naja, wie gesagt, ich geb die Hoffnung nicht auf. Flowerless Fort. Dass das vielleicht doch noch ein bisschen schwieriger wird. Aber naja. Ja gut, ich wünsch euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich bin zurück. Ähm, ich sag dann mal bis demnächst. Und diesmal wird es keine so lange Pause, das verspreche ich euch. Ciao. Ciao.